Hallo und herzlich willkommen bei einem kurzen Vergleich des Galaxy S4 mit dem aktuellen iPhone 5. Man sieht hier natürlich, dass das Galaxy S4 mit dem 5 Zoll Display einiges größer ist als das iPhone 5 mit dem 4 Zoll Display. Vor allem wenn man natürlich die Kanten hier unten aneinander hält, macht das schon eine ganze Hausnummer aus. Ansonsten sind die Geräte eigentlich fast, was die Dicke betrifft, gleich. Wir haben hier beim Galaxy S4 eine Dicke von 7,9 mm und beim iPhone 5 eine Dicke von 7,6 mm. Auch in den Abmessungen ist das iPhone 5 natürlich einiges kleiner als das Galaxy S4. Das ist eben je nachdem, was man für eine Gerätegröße will. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zum Galaxy S4 versus iPhone 5, denn die Geräte sind natürlich an sich ziemlich unterschiedlich. Wir haben hier Android drauflaufen und auf dem iPhone 5 natürlich iOS, die natürlich allesamt ein wenig andere Features bieten und auch ein paar andere Funktionen. Ja, das war es von dem Galaxy S4 Vergleich mit dem iPhone 5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!